Alfons Packe war ein deutscher Journalist und Schriftsteller. Leben, Jugend und Studienjahre Alfons Packe wurde als Sohn eines streng baptistischen Wiesbadener Handschuhmachers geboren, der ihm nicht seinen Wunsch erfüllte, die Schule mit dem Abitur abzuschließen. So musste er eine Ausbildung zum Handschuhmacher absolvieren, anschließend machte er eine kaufmännische Ausbildung in Mainz. 1900 gewann er einen Preis für eine Erzählung und entschloss sich, nach Berlin überzusiedeln und Journalist zu werden. Schon 1901 veröffentlichte er einen ersten Erzählbend und im darauffolgenden Jahr ein Buch mit Gedichten und Liedern. Bald darauf wurde er Redakteur der in Düsseldorf erscheinenden Kulturzeitschrift Die Rheinlande und konnte sich mit verschiedenen Tätigkeiten ab 1902 ein Studium finanzieren. Das er 1907 an der Universität Jena mit einer wirtschaftsgeschichtlichen Dissertation abschloss. Während seines Studiums wurde er Mitglied der Turnerschaft Gebelinia zu Heidelberg. Reiseschriftsteller Bereits 1903 begann Packe eine, sein ganzes späteres Leben bestimmende, Reisetätigkeit. Er fuhr mit der neu eröffneten Transsibirischen Eisenbahn durch Sibirien. Schon im nächsten Jahr unternahm er eine Reise in die USA zur Louisiana Purchase Exposition. In dieses Jahr fällt auch der Beginn seiner Arbeit für die Frankfurter Zeitung. In den Jahren bis zum Ersten Weltkrieg unternahm Packe mehrmals Reisen in die Mongolei und nach China. Eine Fahrt mit der Bagdad-Bahn bis nach Syrien und an diverse andere Ziele. Außerdem war er Zeuge der Fährer Unruhen in Paris. Sie bildeten den Hintergrund für seinen ersten Roman Kamerad Flemming. 1906 erschien ein weiterer Gedichtband, 1909 ein Band mit Reiseberichten, der seine Korrespondentenberichte für die Frankfurter Zeitung enthält. Am 18. Oktober 1910 heiratete er die Frankfurter Malerin Marie-Henriette Steinhausen und zog mit ihr nach Dresden-Hälerau. Wo Packe nun für den Deutschen Werkbund arbeitete, das Paar bekam bis 1919 sechs Kinder. In Hellerau veröffentlichte Packe Kamerad Flemming das Reisebuch Li oder im Neuen Osten, sowie einen Gedichtband und ein Buch mit Kurzgeschichten. Doch auch diese Periode der Familiengründung und intensiver schriftstellerischer Tätigkeit hielt ihn nicht vom Reisen ab. So unternahm er im Frühjahr 1913 eine Reise nach Jerusalem, die er wegen des Todes seines Vaters unterbrach und im Herbst 1913 fortsetzte. Ab 1914 wohnte er mit seiner Familie bis zum Umzug ans Frankfurter Mainufer in Oberursel. 1915 veröffentlicht er in Palästina. Packe wurde damit zu einem engagierten christlichen Unterstützer des Zionismus. Zeitungskorrespondent und Theaterautor 1915 wurde Packe Korrespondent der Frankfurter Zeitung im neutralen Stockholm. Von hier aus beobachtete er die Vorgänge in Russland und unternahm 1918 eine Erkundung im Bürgerkriegsgebiet Finnland. Im Sommer des gleichen Jahres begab er sich nach Moskau, um dort Augenzeuge und Berichterstatter der bolschewistischen Revolution zu werden. Er knüpft vielfältige Kontakte mit führenden Kommunisten, bevor er im November in das gerade im Umbruch befindliche Deutschland zurückkehrt. In der Folgezeit entfaltet er eine Regelpublikationstätigkeit, um das deutsche Bürgertum von den Vorgängen in Russland zu unterrichten. Nachdem er im Kriege einen Pakt zwischen Deutschland und Russland zur Verhinderung einer amerikanischen Vormachtstellung ersehnt hatte, wurde Packe doch zu einem Anhänger der Weimarer Republik und beschäftigte sich intensiv mit dem Gedanken einer rheinischen Erneuerung Europas. Mit Deutschland als Mittler zwischen Ost und West. Ihm schwebte ein pazifistisches Deutschland in einer Europäischen Union vor. In den 20er Jahren schrieb Packe vermehrt für das Theater. Seine Stücke wurden von Erwin Pisketer an der Berliner Volksbühne aufgeführt. 1925 gründete er mit Jakob Kneipp den Bund rheinischer Dichter und blieb bis 1933 dessen Vorsitzender. 1929 entwarf Packe das Konzept für Walter Ruttmanns Film Melodie der Welt, der eine Vielzahl von Impressionen einer Weltreise aneinander reiht. Der Film gilt als einer der ersten deutschen Tonfilme. Pazifist im NS-Staat 1932 wurde Alfons Packe in die Preußische Akademie der Künste aufgenommen. In Frankfurt überreichte er als Repräsentant der Stadt, er war Kuratoriumssekretär der Stiftung, mehrere Jahre lang den Goethe-Preis. Nach der Machtübergabe an die Nationalsozialisten trat er aus der Akademie aus. Weil er deren Unterwerfung unter die neuen Machthaber nicht mitmachen wollte, sein Frankfurter Kuratoriumsbosten wurde ihm gekündigt. Immerhin gelang es ihm, sich sein Einkommen als Journalist zu sichern, und so machte er 1934 umfangreiche Flugreisen durch Europa. Über die er ein Reisebuch veröffentlichte wurde er kurzzeitig in Berlin verhaftet, da er als Kommunist galt. Als überzeugter Pazifist war er 1933 festes Mitglied der Quäker geworden. Über diese Religionsgemeinschaft hielt er intensiven Kontakt nach England und in die USA und erhielt Besuch von ausländischen Glaubensgenossen, die sich ein Bild von der Lage in Deutschland machen wollten. 1938 nahm er die Möglichkeit wahr, zu einem Kongress der Quäker in die USA zu reisen, was er zu einer ausgiebigen Erkundung des Landes nutzte. Es erschien dazu ein überaus USA-freundliches Buch, in dem er die zivilen Errungenschaften Amerikas in höchsten Tönen lobte. Das Buch enthält zugleich ausführliche Schilderungen des amerikanischen Alltags und ist daher ebenso wie sein Flugreisebuch auch für den heutigen Leser von hohem Interesse. 1943 fiel sein jüngster Sohn in Russland, Pake, der auch die Deportation der Juden aus Frankfurt über deren mörderische Konsequenzen er sich im Klaren war als hilfloser Beobachter miterleben, musste, versank in tiefe Niedergeschlagenheit. Während eines Bombenangriffs im Februar 1944 starb Alfons Pake im Keller seines Wohnhauses an einem Herzinfarkt. Sein Grab befindet sich auf dem Frankfurter Hauptfriedhof. In Wiesbaden und Frankfurt am Main wurden Straßen nach ihm benannt. Werke Originalausgaben Lieder und Gesänge Grote Berlin 1902 Das Ausstellungsproblem in der Volkswirtschaft Fischer Jena 1908 Südsibirien und die Nordwestmongolei Politisch-Geografische Studie und Reisebericht für die Geografische Gesellschaft zu Jena Fischer Jena 1909 Kamerad Fleming Rütten und Empt-Löning Frankfurt am Main 1911 Neuausgabe Edition AV Frankfurt am Main 2004 ISBN 3-936049-327 Lie oder im Neuen Osten Rütten und Empt-Löning Frankfurt am Main 1912 Erzählungen an Bord Rütten und Empt-Löning Frankfurt am Main 1914 In Palästina Diederichs Jena 1915 Im kommunistischen Russland Briefe aus Moskau Diederichs Jena 1919 Der Geist der russischen Revolution Wolf Leipzig 1919 Reprint Bibliobaza Charleston SC 2009 ISBN 978-1 116-45489-5 Der Rhein als Schicksal oder das Problem der Völker Wolf München 1920 Der Rhein eine Reise Sozietätsdruckerei Frankfurt am Main 1923 Amerika Hymnen, Gedichte Die Wölfe Leipzig 1925 Lusikas Stimme Novelle 1925 Deutsche Verlag Sandstalt Stuttgart Berlin und Leipzig Antwort des Rheines Eine Ideologie Vilsa Augsburg 1928 Der Neckar Ein Lebensbild mit Zeichnungen von Joachim Lutz J. Horning Heidelberg 1928 Der Rhein In Fritz Täuber Grieben Grenzlandführer für die wandernde Jugend Rheinische Grenzlande Von Eupen zur Saar Grieben Verlag Albert Goldschmidt Berlin 1931 Fluggast über Europa Ein Roman der langen Strecken Knorr und M. Hirt München 1920 bis 1933 Amerika unter dem Regenbogen Farben, Konturen, Perspektiven Sozietät Frankfurt 1938 Der Rhein Vision und Wirklichkeit Fotos von Paul Wolf Beigel Düsseldorf 1940 Die Botschaft des Rheins Erlebnis und Gedicht Herrn Ratingen 1941 Die Frankfurterin Kramer Frankfurt 1947 2. TRW A. 1970 Gaswelt und 4 andere Essays Köln 1940 2. Auflage Gedichte HSGV Alexander von Bernus Wallstein Göttingen 1956 ISBN 3-89-244-157X Werkausgabe Gesammelte Werke Drei Bände HRSGV Hans Martin Elster Göttingen